So, hallo, wir machen weiter bei Jumpscare Lämmer. Ei. Ja, das letzte Mal haben wir alles ein bisschen kaputt gemacht, als es eh schon war. Jetzt zerbricht hier alles so ein Stück für Stück. Und wir müssen mal gucken, was wir tun können, um das aufzuhalten. Eine Node gibt es in dem Abschnitt hier zu finden, kein Orb. Und in die Nähe von roten, blöden Drecksblöcken gehe ich nie wieder. Rote, blöde Drecksblöcke können mich mal. Okay, das Ding muss ich auslösen. Und dann ist hier das Tor offen. Okay. Level verstanden. Wie löse ich das da oben aus? Wir werden sehen. Das reicht nicht. Ich komme hier aber auch nicht hoch, oder? Da ist... Das ist aber nicht rot. Das tut mir bitte nix. Warte. Kann ich das anfassen? Ja, danke. Drei da drauf? Ja, okay. Ich müsste es vielleicht umstoßen können. Wartet mal. Geht das? Nope. So zumindest nicht. Irgendwie muss halt die Verbindung dazu entstehen. Ich will nicht. Geh weg da oben. Ich hasse dich. Dummes scheißrotes Teil, ey. Ganz im Ernst. Okay, hier sind auch solche Dinge. So, dann komme ich hier hoch. Jetzt könnte ich ja mal ein Interesse halber gucken, ob da was drauf ist. Wir suchen ja auch noch die Nodes. So könnte ich sogar da rüber kommen, oder? Ne, das reicht nie im Leben. Wobei mit Zwischenlandung hier... ...ist das sogar drin. Interesting. Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Kann ich hier vielleicht direkt... Oh, nein, Alter, ich hasse euch. Oh, ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen, Mann. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat es mich schon wieder erwischt, das Spiel. Oh. Oh. Also, sobald ich da in die Nähe komme... Okay. Geht das voll ab, Mann. Alter. Fick dich doch. Ich muss hier aber... Oh, ja, jetzt verstehe ich das. Das Blaue bleibt jetzt aber, oder? Ja. Okay, die Verbindung ist da. Boah. Das hätte ich da drüben auch schon machen können, nämlich. Boah, nee, ey. Keine Notes hier zu sehen. Ich hasse euch, ihr blöden... ...roten... Geht doch sterben, ey. Kann doch nie wahr sein. So, hier kann ich nämlich genauso... ...anmal eine Verbindung beziehen. Und dann läuft die jetzt hier weiter. Aber sie wurde halt noch nicht gestartet. Das ist jetzt nur verbunden. Nach überall. Hier muss ich noch was hinsetzen. Und jetzt geht's dann auch da oben weiter. Was? Was? Was war das? Diese Sounds. Mann. Mann, ey. Das ist bitte das letzte Rote, was es hier in dem Raum gibt. Dann... Dann... Dann akzeptiere ich das. Und in dem Spiel... Bitte... ...will nicht noch mehr roten Mist haben. Ich würde gern die Notes sehen. Ah, da sind nirgends Notes. Oh, Mann, ey. Ach, nee. Gebt weg. Das ist ein bisschen cool. Wait. Gibt's hier zwei Exits? Wie ist das denn jetzt zu erklären? Das ist doch auch ein Exit, oder nicht? Oh, oh. Ah, ich dachte schon. Wieso? Wieso mal gleichzeitig kaputt macht? Äh, sie... Verzeihung. Können wir hier bitte? So, jetzt gleich weiter? Nee. Will sie nicht. Na gut. Meinetwegen. Geht, Leute, wieder den richtigen Weg hoch. Hier und dann hier und dann ist alles cool. Ich wollte da auch gar nicht runterfallen. Ich wollte da hin. Genau. Dankeschön. Oh Gott, das ist mir viel zu nah. Das kann jetzt aber von hier noch nicht... Das kann von hier noch nicht losgehen. Das kann nicht sein. So, die Verfindung besteht. Dann gibt's aber hier auch... Aha. Ups. Hätte ich mir denken können. Wo sind jetzt Nodes? Geh weg, Mann. Wie soll ich jetzt da dran vorbeigehen? Moment, ich hab ne Idee. Geht das hier so stückweise? Okay. Okay, go. Go! Fuck, Mann. Okay, das krieg' ich hin. So. Und das ist der, der schon an ist. Damit verbindet sich jetzt alles. Jetzt fährt das Ding da hinten los. Und da drüben auch. Nee, da hat sich noch nichts von. Nicht alles verbunden. Okay. Jetzt gucken wir uns gleich an. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach hinten. Ich weiß aber nicht, wo die Nodes sein sollen. Lass mich in Ruhe! Ja, das ist jetzt... Hä? Da ist jetzt ein Exit. Da ist ein Exit. Ich bin in Ruhe. Aber hier geht's doch theoretisch auch nochmal zu einem Exit. Warum ist denn hier die Verbindung nicht richtig? Wait, was? Wieso geht das hier nicht weiter? Nee, doch, geht es ja. Was geht da hier entlang? Ach, weil das nicht an war. Ich verstehe. Jetzt fährt das Ding da raus. Jetzt geht das hier weiter. Dann geht das da hoch. Moment. Jetzt ist doch hier aber auch auf... Ja, hä? Ich sehe auch, dass da drüber... Da drüber unterschiedliche... Äh... Zeichen sind. Ich hab die Nodes aber wieder nicht gefunden. Fuck Nodes. Gehen wir erstmal da rein. Aber theoretisch hat es jetzt wie gesagt auch noch einen anderen Exit. Oh nein. Oh warte, da sind mehrere Räume. Sehe ich das richtig? Wenn ich jetzt hier zurückgehe, ist das immer noch das mit dem einen Node? Nee, jetzt hier ist gar nichts zu finden. Anscheinend. Wenn ich jetzt zurückgehe, lande ich dann... Da, wo ich gerade herkommen bin? Tatsache. Und hier fehlt hier eine Node. Ja. Das ist also der Raum. Das ist dann der Raum da drunter. Oder so. Wenn das wie eine Karte dargestellt... Ah! Ist mich in Ruhe. Will nicht. Wie? Wie komm ich da dran vorbei? Ich hasse dich. Wieso musstest du so einen Scheiß ein für ein Spiel? Okay, ich hoffe... Ich hoffe, das reicht. Das ist halt schon verdammt nah, das Ding. Ich bin gar nicht da. Nein! Nein, nicht so nah ran! Geh doch weg! Mach doch den... Das blaue mal. Wenn du schon da oben stehst. Danke. Und jetzt hier schön an der Seite hoch. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter. Alter. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Okay. Da ist noch eins. Was wird da kaputt gemacht? Ähm. Nee. Boah, ich hasse diese Dicken. So wollte ich das zwar nicht, aber das war ganz cool. Okay. Okay, wo muss ich jetzt hin? Darüber wahrscheinlich. Nein, reicht nicht. Verkackt. So wollte ich das auch nicht, übrigens. So wollte ich... Was? Das hat nicht gereicht. Unfassbar. Na gut, dann machen wir ein bisschen Anlauf. So. Dann haut das hin. Easy. Okay. Vorsichtig. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen... Ah ja, da ist wieder so ein Ding. Jetzt hatten wir wieder kurz ein bisschen... Tatsächlich ein Parcours. Und jetzt haben wir wieder ein... Ich hab keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Ähm. Ah, von da oben. Also in den Weg finden, da hochzukommen. Hopp. Reicht das von hier? Sollte, ne? Ja, das reicht. Perfekt. Ui. Ist da bitte jetzt nicht nochmal so ein rotes Ding? Bitte. Das hier sehe ich keins. Das beruhigt mich ungemein. Das führt... Ach nee, wir sind jetzt... So muss ich das lesen. Wir sind jetzt in dem... Also rechts davon... Da sind wir jetzt drin. Weil da ist der... Ist der Weg hingegangen. Auf den Dingern wird immer angezeigt, wohin man kommt, wenn man da durchgeht. So muss ich das lesen. Entschuldigung. Das heißt, hier gibt's jetzt... Fucking viele Wege. Dann geht das hier nach hier. Da geht's in die Mitte. Der ist der, der an ist. Aus dem kommt Strom. Wo bleibt der hängen? Oder Energie? Meinetwegen. Woops. Toll. Hä? Wo bleibt der hängen? Was ist noch nicht... Oder muss ich den noch berühren einmal? Dass es ausgelöst wird? Nee, auch nicht. Der fährt hier hoch und dann ist da Schluss. Um... 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 Wie bringe ich dem denn jetzt bei? Kann ich vielleicht? Einfach von hier? Aber das ist ja alles, alles was an dem Ding dran ist, ist ja unter Strom. Wenn ich das jetzt hier rüberbringen würde, irgendwie. Aber dafür müsste ich jetzt eine Verbindung nach unten herstellen können. Oh, warte, nein! Ja, falsche Taste, der war meins. Ich weiß, was ich mache. Zack! Und dann geht das weg. Und das geht weg. Und hier öffnet sich alles. Ja, nice! Sehr interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal da oben in die Ecke. Dann haben wir da also insgesamt neun Räume vor uns, in denen wir uns hier bewegen können. Theoretisch die zwei unten noch dazu gezählt, aber ich glaube, die sind ja dann der Ein- und Ausgang. Euhoi, danke fürs Zuschauen. Und tschüss! Und dann geht's! Und dann geht's! Ich- Und dann geht's!